So, auf geht's. Auf geht's. Runde 2! Jetzt hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht in die Oper gehst oder so sehr heftig, wie lange du den Atem anhalten kannst. So, in der zweiten Runde, neues Lied. Jedes deiner Worte. Jetzt spielen wir das an. Ich schreie nach dir. Gib mir nur dir eine Chance. Ich will dich nicht verlieren. Du bist die, die nicht fängt. Wenn dich am Seiden verhängt. Jedes meiner Worte. Ist ein stummer Schmerz. Hast du Kontakt? Komm, zieh durch. Tatsächlich, ich weiß schon, mit wem ich das machen könnte. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Reaktion. Ich habe tatsächlich nicht so viele Ex-Partner wie du. Oh, hat sie nicht gesagt. Aber erst mal hey oder? So. Lorenz. Schauen wir mal. Könntest du mir versprechen, dass du dein Wort hältst? Oh man, Nils und ich haben jetzt gerade so guten Kontakt gehabt. Sorry Nils. Ich hoffe, du wirst jetzt gerade nicht mit deiner Freundin beschäftigt. Könntest du mir versprechen, dass du dein Wort hältst? Nils. Lorenz. Schreib dir, du wirst interessant. Puh. Lorenz. Okay. Dann reiche ich dir die Hand, wenn du mir schwörst, dass du nicht loslässt. Ich kann nicht versprechen, dass deine Reaktion schön sein wird. Also das, was man... Also... Das glaube ich. Kann natürlich sein, dass man sich dann mit Leuten verbaut, ne? Wenn man jemanden pranken möchte und mit den Gefühlen spielen möchte, kann man das verstehen. Fragezeichen. Wenn du mir sagst, du lässt mich nie wieder alleine stehen, können wir gemeinsam gehen. Das hat mir neulich noch geholfen, meinen Schrank aufzubauen. Wenn du genauso denkst, dass das mit uns beiden Sinn macht, dann werden deine Kinder, vielleicht auch meine Kinder... Irgendwie finde ich das nicht so geil. Oh fuck. Zack. Keri, ganz langsam. Sowas kannst du mir jetzt... So... Nein. Sowas kannst du mir jetzt einfach so ansagen. Wie stellst du dir das vor? Und schon gar nicht jetzt so aus dem Nichts per Nachricht. Wenn du mir sagst, dass ich ne Rolle in deiner Zukunft spiele, dann ist dein Wort somit für mich mit Blut besiege. Scheiße. Geh, geh so weit wie es geht. Nils hat geschrieben, juhu, klar, wieso sollte ich nicht? Wenn du mir sagst, dass ich ne Rolle in deiner Zukunft spiele, dann ist dein Wort somit für mich mit Blut besiege. Oh, das hat mich nicht verdient. Dann zieh durch jetzt, komm, du kannst doch klar auflösen. Oh man. Und da geht er voll drauf ein. Aber so richtig. Lulul Lorenz. Schalter mal deinen Kopf ein. Und egal in was für einer Krise man auch steckt, machen wir das Beste draus. Niemand ist besser. Das kann ich doch jetzt nicht einfach sagen. Da hängt die Zukunft von drei Leuten ab. Ich bin in einer nicht leicht auflösbaren Beziehung, wie du weißt. Können wir bitte darüber sprechen, wenn wir irgendwo gemeinsam sitzen und unsere Ruhr haben? Er schreibt weiter. Ich schicke das jetzt erstmal ab. Uff. Okay Nils. Ähm. Oh. Lulul Lorenz. Geh ran. Geh ran, Alter. Sag ihm das dann. Ja. Hey. Was ist los? Lulul Lorenz. Was? Ach. Habt ihr die Strecke? Nein. Doch. Okay. Ich bin gerade dabei die Rolle und gehe von Autofilien und der Reiter nach vorne zu beseitigen. Die hat nämlich schließlich auf den Kopf. Und wenn ich vor dich berufst, dann werde ich dein Anzeichen für ihn setzen. Ah. Ich weiß nicht ob ich jetzt kann. Lulul. Ich weiß nicht, mein ganzer Körper zittern gerade irgendwie. Okay. Was tut mir so leid? Oh. Lulul. Lulul. Komm her. Du ruhig dich. Nee. Ich stecke mich jetzt nicht aufs Verlust. Du. Was ist das jetzt? Okay. Warte. Gib mir kurz. Gib mir kurz ne Sekunde. Lulul. 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 Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich sehr sehr leid. Das hast du echt nicht verdient. Sorry, das war ein Prank. Was? Das war ein Prank. Das war ein Songtext. Kannst du mich verarschen? Nein. Okay. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Warum du dich doppelt hörst? Das weiß ich nicht. Wo bist du denn? Nein. Zuhause. Okay. Ich bin mal fertig. Dann ruf dich nochmal. Lorenz. Jetzt. Alles gut. Das war nur ein Scherz. Das war nur ein Prank. Das war ein Songtext. Was ist denn das? Warte, du warst nicht schon fertig hier. Nein. Lorenz. Mensch. Wir haben das doch geklärt. Wir haben da doch schon das letzte Mal drüber geredet. Und nimmst du mir das jetzt übel? Bitte nicht. Bitte nicht. Lorenz. Hatte ich das jetzt echt so mitgenommen? Also, dass du entschieden hast, was ich mir glaub gedacht war. Dass ich auf Droge bin wahrscheinlich? Nein. Nein. Das hab ich mir wirklich gerade mal nichts gedacht. Und ich bin ja halt immer im Zentrum ganz verletzt. Ich muss jetzt vor uns abholen. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Oh fuck. Oh Gott. Oh fuck. Das war heftig, Alter. Das tut mir leid. Oh nein, ey. Ich glaub das war... Das stinkt, Alter. Das ging richtig schief, Alter. Mir geht's gerade richtig schlecht, ey. Mir schreibt weniger Alkohol. Hängt der Ernsthaft hinten an? Mann. Weiter geht's. Klar geht das, Carrie. Das wäre mein Traum. What, Alter? Aber ich bin total durcheinander. Bist du bald mal wieder in Deutschland zu Besuch? Wir müssen reden unbedingt. Was? 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 Ich bin taub und blind, schreibt Nils. Der war nicht schlecht, Alter. Der war nicht schlecht. Oh Mann, Nils. Und jetzt? Würdest du alles stehen lassen, reiche ich dir aus. Würdest du alles stehen lassen, reiche ich dir aus. Ich will eine Frau, die keine Discos braucht. Nur würdest du alles stehen lassen, reiche ich dir aus. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Nils, Alter. Du bist halt mein Geister. Ich lass nie alles rumstehen. Cem schreibt. Ich mach's nicht dein. Cem ist ein bisschen komisch drauf. Ein Haar von dir wäre mein Traum. Wäre mir ein Traum. Wäre mir ein Traum. What the fuck? Ein Haar? Ein Haar von dir wäre mir ein Traum. Uhhh. Pass auf. Ich habe dir erzählt, was ich für dich empfinde. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebe ich sowas. Oh mein Gott, Alter. Noooo! Neooo! Naja! Aaaaah! Bruder! Aaaaah! Ich will sein Stimme schreien auf dir. Ich nehme nur die eine Chance. Ich will dich penetrieren. Fah! Fah! Hahahaha!